Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie in einem Interview mit dem hessischen AfD-Landessprecher Robert Lambrou, der Moderator, versucht, die Maßnahmengegner zu verleumden und neue Corona-Maßnahmen den Leuten genehm zu machen. Und wie er das anscheinend sorgfältig vorbereitet hat und wie er das versucht, rüberzubringen. Im folgenden das Interview, danach ein paar Worte dazu. Guten Tag, Herr Lambrou. Hallo Herr Holler. Wir haben Sie eingeladen hier in die Anlagen im Nero-Tal in Wiesbaden. Parkanlagen kann man eigentlich kaum noch sehen, weil man will in den Urlaub in die Ferne. Fahren Sie auch in Urlaub? Also ich bin oft hier. Wir fahren nämlich gerne zur russischen Kirche, da oben auf dem Nero-Berg, meine Frau und ich. Wenn es die Situation zulässt, fahre ich dieses Jahr ein paar Wochen nach Griechenland. Sie kommen aus Griechenland, Sie haben Familie dort. Haben Sie die in der Zwischenzeit gesehen? Ich komme nicht aus Griechenland. Ich bin Deutscher. Ich habe einen Teil meiner Familie in Griechenland. In der Tat habe ich meinen Vater jetzt zwei Jahre lang coronabedingt nicht sehen können. Das wird wahrscheinlich ein spannendes Wiedersehen, oder? Ja, ich freue mich sehr drauf. Herr Lambrou, Sie haben sich impfen lassen, Sie haben ja gesagt, mit Moderna. Das heißt, Sie glauben daran, dass diese Impfung hilft. Was für ein Gefühl haben Sie mit dieser Impfung für Ihre persönliche Gesundheit verbunden? Ich denke, es ist sehr wichtig, dass jeder selber individuell entscheidet, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Schon aus ethischer Sicht ist es wichtig, dass sich jeder überlegen darf, ohne Druck, ob die Vorteile der Impfung bei ihm selber die Nachteile, Spätfolgen oder Nebenwirkungen übersteigen. Das heißt, Sie sehen die Vorteile. Jörg Meuthen hat sich impfen lassen, der Ehrenvorsitzende Alexander Gauland hat sich impfen lassen. Also viele in der Partei geben sich die Spritze. Warum werben Sie dann unter Ihren Parteimitgliedern nicht noch mehr dafür, etwas für diese Herdenimmunität zu tun, wenn Sie doch davon überzeugt sind? Denn die Impfung ist ansonsten bei Ihren Mitgliedern ja nicht so obvog. Ich denke, dass das in jeder Partei sehr, sehr unterschiedliche Verhaltensweisen auslöst. Die Frage, soll ich mich impfen lassen oder nicht? Und ich hatte eben ja auch schon betont, das ist eine individuelle Entscheidung und die muss es auch bleiben. Ob die Impfungen wirklich die Lösung für die Corona-Pandemie sind, das hoffen wir alle. Aber das wissen wir nicht. Die Politik muss sich auch einen Plan B überlegen, falls das Virus immer wieder mutiert und wir mit den Impfungen nicht hinterherkommen. Es gab viele Demonstrationen, wo auch die Impfung in Zweifel gezogen wurde von vielen Querdenkern. Da waren auch viele AfD-Mitglieder dabei, teilweise aber auch Rechtsextreme, Schulter an Schulter. Sehen Sie da gerne, dass da Ihre Parteifreunde mit dabei sind? Ich denke, dass wir uns mit den Querdenkern nicht gemein machen, aber wir verteufeln sie auch nicht. Bei diesen Querdenker-Demonstrationen laufen sehr unterschiedliche Menschen mit. Da gibt es einige, da muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Da müsste man sich doch deutlicher abgrenzen auch, oder? Wir grenzen uns doch insofern ab, dass wir uns mit den Querdenkern nicht gemein machen. Aber noch einmal, wir verteufeln sie auch nicht. Es laufen dort auch viele normale Menschen mit, die zu Recht darauf hinweisen, dass die Einschränkung von Grundrechten etwas ist, was die Politik nicht einfach mit einem Federstrich machen kann. Herr Lambrou, die Delta-Variante ist auf dem Vormarsch, die Inzidenzen steigen schon wieder. Was ist die Idee der AfD, eine mögliche vierte Welle zu verhindern? Wir weisen seit Monaten im Parlament darauf hin, dass es wichtig ist, dass die Politik einen Plan B hat. Die Landesregierung und die Bundesregierung, die sind all in gegangen mit den Impfungen. Und wenn die, wie der Erwarten, nicht funktionieren, weil zum Beispiel das Virus stark mutiert, dann sind sie nackt und es drohen neue Lockdowns. Und die gilt es auf jeden Fall zu verhindern. Der Kultusminister hat ja heute gesagt, dass die Maskenpflicht in den Wochen nach den Ferien erst einmal beibehalten bleibt. In den Schulen dreimal müssen die Schüler getestet werden. Ist das sinnig? Aus unserer Sicht sollte es keine Maskenpflicht in den Schulen geben. Es gibt andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel mit den Luftfiltersystemen. Dass die Leute in den Präsenzunterricht gehen können und keine Masken tragen müssen. Ihr Parteifreund Björn Höcke, der hat Ihre Jobs in Thüringen, die Sie in Hessen machen. Der hatte in einem Sommerinterview bei den Kollegen vom MDR vor einem Jahr gesagt, Corona ist vorbei und Corona kommt nicht wieder. Der Mann lag bekanntermaßen daneben mit dieser Einschätzung. Warum soll man so eine Partei wählen, wo solche Politiker diese Grundlagen nehmen, um Politik zu machen? Wissen Sie, in jeder Partei gibt es zu Corona sehr unterschiedliche Ansichten. Und die Meinung, dass Corona im Sommer letzten Jahres vorbei war, hat letztendlich auch die hessische Landesregierung vertreten, die sich im September 2020 dafür hat loben lassen, wie toll sie das gemacht haben. Und nicht mal einen Monat später mussten sie wieder über Lockdowns sprechen. Dennoch war so eine Aussage wahrscheinlich falsch, oder? Aus heutiger Sicht würde ich sagen, sollten wir vorsichtig damit sein, einzuschätzen, wann die Corona-Pandemie vorbei ist. Wissen Sie, das ist nicht wie das Finale einer Europameisterschaft. Und ich fürchte, dass uns Corona noch länger begleiten wird. In zweieinhalb Monaten, da ist die Bundestagswahl. Wir schauen mal ganz kurz auf die Umfragezahlen im RTL-Trendbarometer von Forsa. Da kommt die CDU auf 30 Prozent. Die SPD gerade mal halb so viel, 15 Prozent. Die Grünen sind bei 19 Prozent. Die FDP hat 11 Prozent. Die Linke nur 7. Und Ihre AfD, die ist von 9 auf 10 Prozent. Der ist wieder geklettert. Sie sagen immer, dass Sie eine bürgerliche Politik machen. Was heißt das eigentlich? Bürgerliche Politik bedeutet zum Beispiel, dass wir nicht ohne Not Grundrechte aufgeben, wie das von den anderen Parteien leichtfertig propagiert wird. Wir sind die Partei, die dafür einsteht, dass Grundrechte jedem Menschen zustehen. Und zwar unabhängig von seinem Verhalten. Unabhängig davon, ob er geimpft ist oder nicht. Was viele Bürger interessiert, das ist die Frage, wie teuer ist denn meine Wohnung? Die meisten Menschen mieten ihre Wohnungen. In großen Städten findet man keine zu bezahlbaren Preisen. Dennoch lehnen Sie Mietpreisbremsen ab. Sie lehnen Sozialwohnungen dann ab. Warum? Wie kann man dann, wenn es die AfD denn gäbe oder wenn die AfD regieren würde, wie könnte man sich dann noch eine bezahlbare Wohnung leisten? Naja, verantwortlich für diese Situation in Hessen ist ein grüner Minister, nämlich Tarek Al-Wazir. Der ist seit über sieben Jahren im Amt. Und in seiner Amtszeit steigen die Mieten immer weiter. Was wir anders machen würden, wäre zum Beispiel mithelfen, dass die Kommunen Bauland, Bauland, Bauland ausweisen. Und wir würden mit daran arbeiten, dass die Bauvorschriften nicht in so eine Komplexität gestiegen sind, um das Klima zu schützen, wie die Grünen ja immer behaupten, dass Wohnraum nur noch sehr teuer gebaut werden kann. Das sind zwei wesentliche Faktoren, warum wir jetzt in dieser Situation sind, dass die Zuschauer, wenn sie eine Wohnung suchen, schier verzweifeln, weil es nicht finanzierbar ist. Das heißt, Sie lehnen aber auch ab, dass zum Beispiel Wohnungen künftig wärmegedämmt zum Beispiel gebaut werden müssen? Wissen Sie, es gilt ein gesundes Mittelmaß zu halten. Die Politiker sind gewählt worden, damit sie den Bürgern ein gutes Leben ermöglichen. Es kann nicht sein, dass Politiker dafür sorgen, dass die Bürger in diesem Land keinen bezahlbaren Wohnraum mehr finden. Es gibt ganz viele Themen, die man vor dieser Bundestagswahl noch besprechen könnte. Klima, Energie, dafür fehlt uns heute die Zeit. Aber wir gönnen uns nochmal 60 Sekunden für eine Schnellfragerunde möglichst viele Fragen. Sehr gerne. Wie viele Freunde haben Sie durch Ihr Engagement bei der AfD verloren? Sehr wenige, allerdings einen meiner besten Kumpel. Wie viele echte Freunde haben Sie durch die AfD gewonnen? Einige, denn ich habe in der AfD viele sehr, sehr interessante Menschen kennengelernt. Wo gewinnt man Wähler, im Netz oder auf der Straße? Aus meiner Sicht auf der Straße. Der Politiker lebt vom Kontakt mit den Menschen. Glaubwürdige Politiker verkneifen sich Luxus, ja oder nein? Ja. Das heißt, Sie gönnen sich gar nichts? Ich versuche bodenständig zu bleiben, weil in der Tat in der Politik es sehr gefährlich ist, dass man die Bodenhaftung verliert. Und das möchte ich bei mir vermeiden. Mein Rezept gegen Corona-Pfunde? Da ich in der Corona-Krise zugelegt habe, habe ich da kein wirkliches Rezept. Ich freue mich aber, dass die Schwimmbäder wieder auf sind und habe den Kampf gegen die Funde aufgenommen. Das kann ich mir nie verkneifen. Ab und zu was Süßes. Italien ist verdient Europameister, ja oder nein? Aus meiner Sicht ja, denn sie haben den besten Fußball gespielt. Darüber hinaus freue ich mich darüber, dass eine Mannschaft gewonnen hat, die nicht vor dem Spiel niederkniet, weil Politik hat in der Sport nichts zu suchen. Das heißt, Sie fanden auch die Regenbogenfahnen auch daneben? Grundsätzlich finde ich Regenbogenfahnen okay, aber nicht als politische Aussage im Stadion, denn Politik hat im Sport nichts zu suchen. Vielen Dank, Herr Lambrou, für das Gespräch. Bitte schön. Gehen wir die Fragen des Moderators Stück für Stück durch. Sie haben sich impfen lassen, Sie haben ja gesagt mit Moderna. Das heißt, Sie glauben daran, dass diese Impfung hilft. Was für ein Gefühl haben Sie mit dieser Impfung für Ihre persönliche Gesundheit verbunden? Der Moderator streut am Anfang eine Bemerkung ein, die sehr wahrscheinlich nicht zufällig ist. Er sagt, Sie glauben, dass die Impfung hilft. Es scheint zunächst überflüssig. Ja, selbstverständlich hilft eine Impfung. Sie wurde ja schließlich getestet und sie hat die Prüfungsphasen durchlaufen. Wenn Lambrou denkt, die Impfung hilft, das heißt, dann findet er es gut, sich zu impfen. Dann sollen es alle gut finden, sich zu impfen, alle AfD-Mitglieder. Dann soll es die ganze Bevölkerung gut finden. Das heißt, es wird eine Art Gruppendruck aufgebaut mit diesem Statement. Das heißt, wenn Lambrou diese simple Frage bejaht, erzeugt er ungewollt einen Gruppendruck. Lambrou antwortet dann aber bewusst differenziert. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass jeder selber individuell entscheidet, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Schon aus ethischer Sicht ist das wichtig. Die nächste Frage ist komplex und lang. Wahrscheinlich wurde sie vorher ausgedacht und kein einziges Wort ist zufällig. Gehen wir die Frage Stück für Stück durch. Es gab viele Demonstrationen, wo auch die Impfung in Zweifel gezogen wurde von vielen Querdenkern. Das zentrale Anliegen der Demonstration war nicht die Impfung in Zweifel zu ziehen, sondern die Corona-Maßnahmen. Um die Impfung ging es nur am Rande. Und die wenigsten haben in Zweifel gezogen, dass die Impfung hilft. Die allerwenigsten. Das hat wahrscheinlich überhaupt keine Rolle gespielt. Jedenfalls mir ist das nicht bekannt. Natürlich war es so, dass die grundsätzlichen Impfgegner von den Medien ganz groß dargestellt wurden. Und die Mehrheit, die eine Wirkung der Impfung nicht in Frage stellen, die Corona-Maßnahmen trotzdem nicht gut finden, sie wurden in den Hintergrund gedrängt. Und genauso macht es jetzt auch dieser Moderator. Indem er das in den Mittelpunkt drückt, schafft er eine Verbindung. Querdenken behauptet, die Impfung würde nicht wirken. Dieses Narrativ wird durch die Erwähnung in den Köpfen der Leute festgesetzt. Je öfter es wiederholt wird, umso stärker. Situationen, wo auch die Impfung in Zweifel gezogen wurde von vielen Querdenkern, da waren auch viele AfD-Mitglieder dabei. Das heißt, jetzt wird die AfD damit in Verbindung gebracht. Das heißt, auch die AfD-Mitglieder, die dort waren, sie denken auch alle, eine Impfung würde nicht wirken gegen Corona. Teilweise aber auch Rechtsextreme, Schulter an Schulter. Sehen Sie da gerne das? Querdenken, matig gemacht, Rechtsextreme, AfD. So wird hier eine Verbindung geschaffen. Sehen Sie da gerne, dass da Ihre Parteifreunde mit dabei sind? Und jetzt kommt die rhetorische Frage, sehen Sie gerne, dass da Parteifreunde dabei sind? Aber aus meiner Sicht hat eine wirklich überzeugende, ausgezeichnete Antwort gefunden. Bei diesen Querdenker-Demonstrationen laufen sehr unterschiedliche Menschen mit. Da gibt es einige, da muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Da müsste man sich doch deutlicher abgrenzen auch, oder? Wir grenzen uns doch insofern ab, dass wir mit den Querdenkern uns nicht gemein machen. Aber noch einmal, wir verteufeln sie auch nicht. Es laufen dort auch viele normale Menschen mit, die zu Recht darauf hinweisen, dass die Einschränkung von Grundrechten etwas ist, was die Politik nicht einfach mit einem Federstrich machen kann. Der Moderator lässt nicht locker und fordert die Abgrenzung. Damit sollen die Maßnahmengegner isoliert werden. Die Maßnahmengegner, das sind alles Querdenker. Und die Querdenker bestreiten die Wirkung von Impfungen. Die nächste Frage ist kein Deut besser. Die Frage ist wieder geschachtelt und jeder Teil ist sehr wahrscheinlich kein Zufall. Herr Lambrou, die Delta-Variante ist auf dem Vormarsch. Die Inzidenzen steigen schon wieder. Was ist... Vormarsch klingt nach Soldaten, klingt nach Militär, klingt bedrohlich. Die Inzidenzen steigen schon wieder. Aber welche Bedeutung hat das, wenn die Leute geimpft sind? Es kommt ja auf die Hospitalisierung maßgeblich an und nicht auf die Inzidenzen. Der Moderator suggeriert, ja klar, die Inzidenzen, das ist wichtig. Das heißt, wenn die Inzidenzen hochgehen, dann muss es neue Maßnahmen geben. Es gibt keinen sinnvollen Grund, warum er die Inzidenzen prominent anführt, die Hospitalisierung aber nicht. Was ist die Idee der AfD, eine mögliche vierte Welle zu verhindern? Das heißt, hier wird gar nicht mehr die Frage gestellt, ob man sie unbedingt verhindern muss, wenn die Leute geimpft sind, so wie es Großbritannien jetzt macht, sondern es ist vollkommen klar, sie muss verhindert werden. Und es geht jetzt nur noch darum, welche Idee die AfD hat. Es wird hier wieder das Narrativ verbreitet, es ist klar. Es ist muss, die Maßnahmen müssen kommen, es fragt sich nur welche. Es ist vollkommen klar. Und es ist immer das Gleiche. Wenn die Leute das hören, von vielen Leuten, dann denken die Leute, ja das ist so. Dann wirkt es automatisch normal für die Leute, dass es so ist, dass es so sein muss. Obwohl es logisch jedenfalls aus meiner Sicht wenig Sinn ergibt. Eigentlich gar keinen. Vor allem, wo ja auch die Versprechung letztes Jahr immer war, wenn die Leute geimpft sind, dann ist natürlich klar, dann ist der Ausnahmezustand vorbei. Auf diese Weise nimmt der Ausnahmezustand aber überhaupt kein Ende. Wie soll es jemals einen Ausweg aus dem Ausnahmezustand geben? Im weiteren Verlauf wird der Irrtum von Höcke in den Mittelpunkt gestellt. Warum soll man so eine Partei wählen, wo solche Politiker diese Grundlagen nehmen, um Politik zu machen? Wie oft haben sich aber Experten wie Lauterbach geirrt? Unzählige Male. Und es kommt überhaupt niemand auf die Idee zu sagen, man kann nicht mehr SPD wählen, weil sich Lauterbach geirrt hat. Oder weil sich andere regiert haben in der SPD oder in anderen Parteien. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Wissen Sie, in jeder Partei gibt es zu Corona sehr unterschiedliche Ansichten. Und die Meinung, dass Corona im Sommer letzten Jahres vorbei war, hat letztendlich auch die hessische Landesregierung vertreten. Lambu antwortet dann auch in der Art und hat den Moderator damit kalt erwischt. Trotzdem aber allein dadurch, dass der Moderator es in den Raum gestellt hat und Lambu es hat durchgehen lassen, dass es legitim ist, ist das immer ein Problem. Natürlich ist es ein Problem für Lambu, wenn er den Moderator kritisiert, dann wirkt er ausfällig. Und vor allen Dingen ist es natürlich so, man muss es erst mal bemerken. Also mir ist auch erst jetzt bei der näheren Betrachtung aufgefallen, wie krass diese Fragen sind. Wenn man es einfach nur schaut, kommt es einem normal vor. Wahrscheinlich auch, weil wir es gewohnt sind. Wir sind diese unverschämten Fragen, wir sind sie seit Jahrzehnten gewohnt. Früher ging es ja auch anderen Parteien so. Es ist ja grundsätzlich so, dass nicht nur die AfD mit dem Problem konfrontiert ist, sondern andere Parteien auch. Nur trifft es die AfD besonders stark. Die Medien spielen hier ihre Macht aus. Und wahrscheinlich schon seit langem, Interessenvertreter hinter den Medien wissen das ganz genau und nutzen das aus. Früher hat man sich ja bei CDU und FDP auch oft geärgert. Natürlich nimmt es aber jetzt eine neue Dimension an. Aus meiner Sicht war es früher auch schon schlimm, aber nicht so schlimm. Das Problem ist, dass in der Vergangenheit CDU und FDP sich haben immer vorführen lassen damit und leider auch lange Zeit jetzt die AfD. Man kann nur hoffen, dass es sich jetzt ändert. Dennoch war so eine Aussage wahrscheinlich falsch, oder? Aus heutiger Sicht würde ich sagen, sollten wir vorsichtig damit sein, einzuschätzen, wann die Corona-Pandemie vorbei ist. Dass es ein Plan war, den Maßnahmengegner Höcke und die AfD negativ zu framen, zeigt sich dadurch, dass der Moderator eine sinnlose Wiederholung macht. Es ist klar, dass Höckes Aussage falsch ist. Das weiß der Zuschauer ganz genau. Sehr wahrscheinlich hat der Moderator von vornherein geplant, das zu wiederholen, um es stärker zu machen, um es in die Köpfe der Leute reinzubekommen, um das Thema zu halten. Es geht ja immer um die Themenlenkung. Im Folgenden geht es um die Landespolitik und tatsächlich werden die Fragen dann vergleichsweise normal, eigentlich ziemlich normal. So normal, wie ich es überhaupt noch nicht erlebt habe. Auffällig ist aber, dass bei der Mietbremse so getan wird, dass es ganz normal ist. Dass man für eine Mietbremse ist und dass man dagegen ist, ist komisch und unnormal. Diesen Frame setzt der Moderator. Das heißt, einwandfrei ist das auch nicht, aber Lambrou kann ohne unterbrochen zu werden ausführliche Antworten geben. Und tatsächlich richtig in Ordnung, wo mir gar nichts auffällt, sind dann diese 60 Sekunden, in denen kurze Fragen gestellt werden. Das spielt in dem Interview aber natürlich keine so große Rolle. Aus meiner Sicht konnte Lambrou hier wirklich überzeugen. Und es ist aus meiner Sicht ein großes Glück, dass die AfD die Chance hat, in den Medien präsent zu sein. Weil die Leute in der AfD, aus meiner Sicht, es sind wirklich überzeugende Leute, also ich finde Lambrou unglaublich sympathisch. Und sie sind auch sehr gut vorbereitet. Was hier eigentlich auch nicht so schwer ist, weil man muss ja nur die richtige Position vertreten. Die logisch ist, dann kann man eigentlich nicht mehr ins Schwimmen gebracht werden. Sondern umgekehrt haben ja die Altparteien das Problem, zum Beispiel Söder, dass sie jetzt irgendwie verkaufen müssen, dass jetzt wieder Maßnahmen kommen. Was aus meiner Sicht wirklich schwer zu erklären ist. Wo sich Söder bei Lanz ziemlich abgemüht hat. Und dass eigentlich klar war, dass er hier einen Plan hatte, das irgendwie zu verkaufen, aber es misslungen ist. Trotzdem aber natürlich bedarf es einer konzentrierten Vorbereitung. Das einzige, was gefehlt hat, war das Verhalten des Moderators in den Mittelpunkt zu rücken. Weil das Problem bleibt, wenn diese Framings von dem Moderator, wenn sie nicht aufgegriffen werden, da manipulieren sie das unter Bewusstsein. Das heißt, das Optimum wäre gewesen, so wie ich es jetzt erklärt habe, diese ganzen Propagandamethoden schon im Interview, natürlich in freundlichem Tonfall zu schildern. Das ist natürlich nahezu unmöglich. Ich bin hier gesessen und habe mir das genau angeguckt. Um sowas in Echtzeit zu schaffen, das ist natürlich nicht möglich. Das ist das Optimum, das man vielleicht nicht erreichen kann. Aber es ist ja schon gut, wenn man mal das Optimum vor Augen hat. Und es reicht ja dann schon, wenn man einzelne Frames, wenn man sie herausgreift. Und den Moderator dafür zur Rede stellt. Wenn der Zuschauer merkt, dass er manipuliert wird, dass er getriggert wird mit diesen Methoden und er darüber nachdenkt, dann verlieren die Methoden ihre Wirkung. Erst dann. Natürlich helfen die guten Antworten von Lambo, die inhaltlich guten Antworten. Aber trotzdem bleibt das Frame gegen Frame. Und solange der Journalist legitim wirkt, wirken diese Frames. Erst wenn der Journalist seine Rolle verliert, er unglaubwürdig dasteht, dann verlieren die ganzen Frames ihre Wirkung. Dann sind die Medien entmachtet. So aber setzt, egal wie gut die Antworten von Lambo sind, der Moderator setzt Narrative. Ganz klar. Er hat ja auch die Themenlenkung in der Hand. Es führt kein Weg daran vorbei, die Medienarbeit zu beleuchten. Natürlich ganz freundlich und auf keinen Fall sich aufregen. Weil wenn man sich aufregt, dann schenkt man dem Gegenüber seine Energie. Dann macht man ihn wichtig. Wir wollen in einer guten Realität leben. Es soll auch so aussehen, natürlich die AfD-Politiker, sie werden befragt, aber sie leben in einer guten Realität. Dass der Moderator hier Spielchen spielt, das berührt sich gar nicht. Sie erklären das, aber es berührt sich nicht. Sie sind zu stark. Es geht ihnen zu gut, das kann ihre gute Laune nicht gefährden. Und deswegen bleiben sie natürlich höflich und erklären das sachlich. Weil es ihnen gut geht. Und weil sie stark sind. Und Leuten, die stark sind, denen geht es automatisch gut. Und Leuten, denen es schlecht geht, die sind eigentlich eher schwach. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was mir sonst so einfällt. Macht's gut. Macht's gut.